Willkommen zurück zu James Bond 007 Nightfire. Ja, erstes Mal jetzt mit meinem neuen Headset. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube in dem Haus von diesem Patrioten hier. Keine Ahnung, wie er jetzt heißt. Ich meine aber, da wären wir stehen geblieben. Sehe ich ja jetzt. Meine Güte. Fängt schon gut an. Oha. Meine Güte. Hilfe. Lauf doch vernünftig. Nach rechts. Das wäre hier. So, und jetzt nach rechts, sagt der. Dann wollen wir mal nach rechts gehen. Wir speichern hier zwischendurch. Den Gang runter. Die hinterste Tür. Da vorne ist er. Der ist weg. Fuck, 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 fuck. So. Meine Güte. Gleich so einen Lärm hier veranstalten. So, oh, da ist er. Wie heißt der eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt in der Nähe des Bunkers. May you zu geheime Bunker eskortieren. Hallo. Oh. Oh. Komm. Geht tot. Super. So. Ich bleib, glaub ich, bei der Walter PPK. Ist sicherer. So. Der wäre ausgeschaltet. Jetzt können wir aber auch wieder aufs Gewehr wechseln. Jetzt haben wir auch ausreichend Money. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter zu dem Herrn. Ob der uns mal jetzt sagt, wo wir langen müssen. Hier rechts. Warst du irgendwie... Mich verarschen. Hallo? Hallo? Verarschen. Hallo? Will er mich jetzt irgendwie natzen? Hallo? Mach die Tür auf. Irgendwie will der Kerl mich natzen. Irgendwie... Ich lade einfach den State nochmal neu. Äh, äh, äh. Am 2.9. Nähen wir den. Und laden den eben. So. Wir sind jetzt in der Nähe des Bunkers. Wieder mit der Walter. Oh. Irgendwas ist passiert, was nicht passieren soll. Das ist natürlich schlecht. Aber wir haben auch keinen anderen Spielstand als den, der weiter ist. Ich nehme mal wieder die Walter-PPK. Wir sind jetzt in der Nähe des Bunkers. Mit der können wir ein bisschen präziser zielen. So. Da vorne. So. Oben nochmal säubern. So. Hier die Muni einsammeln. Und dann... ...hoffentlich... ...den Bug unten... ...nicht wieder... ...auf dem Leim gehen. Achi. Entschuldigung. Hier rechts. Super. Jetzt sind wir in dem geheimen Bunker, wo wir hoffentlich ein paar Waffen kriegen. Das, wonach Sie suchen, ist sicher in meinem Schlafzimmer verwahrt. Hier ist der Schlüssel. Füttern Sie damit den Drachen. Der Drache? Ganz recht. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Könnten Sie auch die Festplatte meines Computers löschen? Ich will nichts hinterlassen, was Drake auf meine Spur bringen könnte. Und bitte beschützen Sie meine Diener. Sie sind für mich wie eine Familie. Oh, Heiland. Oh, Geisel retten. Oh nein, das habe ich gehasst für die Pest. Oh, oh, oh. Oh. Ey, warum wuckelt das jetzt? Dann wollen wir mal raus. Ja, was machen wir denn als erstes? Ach, keine Ahnung. Gucken, ob wir das gebacken kriegen. Also, ich bin nämlich gerade echt perplex. Weil ich mich an so viele Aufgaben überhaupt nicht erinnern kann. Hä, warum tue ich das ab? Das ruckelt hier schon wieder so. Geisel am vorderen Parkplatz. Die haben wir gerettet. Und das feiern wir wieder mit einem Quick Save und gucken jetzt, ob wir die anderen Geiseln auch retten können. Da kommen wir weg. Mal gucken, was hier ist. Oha. Neuer Abschnitt. Also wirklich, ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Was eigentlich kontraproduktiv ist. Aber, was soll man machen? Oh, mit diesem neuen Headset ist das so komisch zu sprechen. Der hat uns nicht gesehen. So. 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 Oh nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Alter. Kugeln hält der aus. Ja, ich glaube, wir haben verkackt. Aber hier ist eine Kugelsichere Wester. Das ist gut. Super. Quick Save und go. Also, wir müssen langsam mal ein paar Geiseln retten. Weil sonst rittert hier nichts. Aber erstmal so viele Gegner wie möglich ausschalten, weil dann kann uns auch nichts passieren. Oh, ich glaube, hier sind wir falsch. Egal. Ich weiß auch nicht, ob ich diesen Level in dieser Session durchzocke. Weil es hier ja sehr viel gibt. Ist das hier der PC-Von-Ding? Nö. Ist er nicht. Mal eben kurz gucken, ob wir hier irgendwie... Ne, hier waren wir. Ah. Ja, hier brauchen wir keine. Dann gehe ich doch erst wieder hier rein. Mal gucken, was was hier ist. Bin gerade ein bisschen planlos, muss ich zugeben. Weil... Hier waren wir. Dann gucken wir mal hier. Ihr sagt planlos. Geht, helfe. Boah, hatte ich mich erschrocken. Oah. Ja, halt doch noch mehr Kugeln. Ja, halt doch noch mehr Kugeln. Ja, halt doch noch mehr Kugeln. Ja. Genau. Das sollte jetzt nicht unbedingt passieren, aber... Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich... Scheiße, ey. Läuft gerade nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Naja, egal. Irgendwie werden wir das Kind hier schon schaukeln. Muss ja irgendwie. Das war die Geisel in der Bibliothek. Jetzt ist's. Die halten meistens auch so 10 Schüsse oder so im Kopfballen aus. So, wäre das auch getan. Jetzt haben wir das auch mit annähernd ein bisschen Leben geschafft. Feiern wir wieder mal mit dem Safe State und ich würde mal sagen, gehen wir hier lang. Ja, ne. Hier ist nix. Ich weiß, hier in der Bibliothek gab es einen Geheimgang. Das weiß ich noch. Hallo. Ja, hier geht es glaube ich zu dem PC von dem Kerl. Nein, hier geht es. Nein, hier geht es.